Moin Moin und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch einen Camping und Stellplatz vorstellen in Thale im Harz. Der Platz nennt sich Klostercamping Thale. Zu Anfang des Videos werde ich euch den kompletten Platz vorstellen und anschließend machen wir eine komplette Rundfahrt um den Platz. An diesem Plan können wir sehen wie der Platz aufgebaut ist, wir haben sowohl Zeltplätze als auch Caravanplätze und Stellplätze. Des Weiteren können wir hier auch kleine Hütten leiden. Hier in diesem Haus befindet sich die Rezeption und alles andere was benötigt wird, Toiletten, Duschen und so weiter. Hier sehen wir dann die Rezeption wo man sich anmelden muss, wobei man bei der Ankunft direkt auf diesen Platz fahren kann. Es ist ausgewiesen wo man dann stehen bleiben kann und sich zur Rezeption zu bewegen. Wie wir hier sehen können sind die einzelnen Camping oder Stellplätze sehr groß gehalten. Im Grunde könnten hier auf jedem Stellplatz zwei Fahrzeuge bequem stehen und das mit ausgefahrener Markise. Hier sehen wir nun die Hütten die man auch mieten kann. Und wir sehen dass der gesamte Platz super grün gehalten wird. Der gesamte Platz ist unheimlich naturnah und durch ein paar Wege können wir alles bequem erreichen. Auch ein kleiner Teich befindet sich hier. Ebenfalls ein großer Pavillon mit einigen Sitzgelegenheiten wo man es sich gemütlich machen kann. Mehrere Wasser, mehrere Frischwasser Stationen gibt es auch auf diesem Platz. Und man kann sich hier sogar ein eigenes Bad mieten. Wir kommen jetzt mal zum Nassbereich. Hier sind jede Menge Toiletten vorhanden. Jede Menge Urinale. Die Toiletten waren immer sauber und gepflegt. Toilettenpapier war immer reichlich vorhanden. Duschen sind auch in ausreichender Zahl vorhanden und ebenso Waschmöglichkeiten. Auch können wir hier ganz bequem die Chemie Toilette entleeren und anschließend dann spülen und in einem anderen Behälter ausgießen. Anschließend können wir direkt hier auch unsere Hände waschen. Wenn wir einen Grill haben, das Grillen ist übrigens hier erlaubt, können wir hier die Grillasche entsorgen. Wie schon erwähnte, mehrere Trinkwasser Stationen gibt es hier und sogar Gießkannen sind vorhanden und natürlich wird Mülltrennung hier auch groß geschrieben. Als besonderen Clou finde ich, wenn die Duschen und Toiletten gereinigt werden und man sie dann nicht benutzen kann, kann man in diese Toilette ausweichen. Auch ein großer Unterstand befindet sich hier mit einer Tischtennisplatte. Hier kann man dann sein Geschirr abwaschen. Einmal draußen und auch drinnen. Draußen auch unter Dach. Kleine Handwäsche lässt sich hier ebenfalls waschen. Und es befindet sich auch ein Gefrierschrank hier in diesem Bereich. Ebenfalls befindet sich hier ein Backofen und sogar ein Ladeschrank für Handys. Wie ich schon erwähnte, ist hier alles sehr sauber und ordentlich. In diesem Bereich kann man sein Zelt aufstellen und hier befindet sich in diesem Bereich auch ein kleiner Spielplatz. Wie wir zu Anfang gesehen haben, bei der Karte von diesem Platz, die Minigolfanlage, die existiert nicht mehr. Nun machen wir noch eine kleine Rundfahrt um diesen gesamten Platz. Durch diese beiden Steinmauern gelangen wir auf den Platz. Wenn wir durch das Tor fahren, hier ist übrigens alles super gut ausgeschildert. Dann sehen wir die Rezeption. Wir gelangen dann weiter, der Schilderung immer nach, auf dem Warteplatz. Hier in diesem Bereich können wir dann das Fahrzeug abstellen und gehen zur Rezeption. Wenn wir die Anmeldung haben und das Kennzeichen registriert ist und hier an diese Schranke fahren, geht sie automatisch hoch. Rechts sehen wir dann die Miethütten. Der Platz ist übrigens eine Einbahnstraße, das heißt wir dürfen nur in eine Richtung fahren, was auch logisch ist. Und wir gelangen jetzt zu den einzelnen Stellplätzen. Jeder Stellplatz kann hier benutzt werden für einen Caravan, für ein Wohnmobil oder auch für ein Zelt. Auch können wir sehen, dass die einzelnen Stellplätze wirklich sehr groß sind. Ich habe jetzt gefilmt am Vormittag, wo viele abgereist waren. Wenn man am Nachmittag oder späten Nachmittag kommt, dann ist es hier doch schon ziemlich voll. Rechts und links sehen wir die Stellplätze. Hier ist der Pavillon. Dieser Bereich, der wird noch hergerichtet. Und wir sehen dann die Schranke und wir befinden uns jetzt am Ende der Rundfahrt. Als letztes möchte ich mich bedanken fürs Zuschauen. Ich wünsche wie immer beste Gesundheit und falls euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Kommentar da und ich würde mich natürlich auch sehr freuen über einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal.